Singmantau, Singmantau, von Herrn Pastor singt Kau, Jau, Jau. Moin, heute Abend sind wir bei Edith Koschnick in Nähnbrock und da wollen wir mal gucken, was ihr da wohl macht. Vorbei an Katten und Gänz in der Stuf von Edith und da werden wir richtig was los. Ich wollte mal fragen, warum magst ihr das hier? Wie sagt ihr das? Ja, warum mag ich das? Ich bin 981 hier in Norddeutschland trocken und ich habe kein Wort verstanden. Ich habe auch noch China trecken können. Und damit sie in der Nähe in Heimadruck mitschnacken können, habe sie gliegs Anfang an der Niederdeutsche Bühne in Brorke zu spielen und so platt lernt. Nun ist das Anbeten her. Um das, was so platt lernt, habe ich nicht voller zu vergelten, habe sie sich gedacht, du musst so eine Gruppe gründen, wo jeden schnacken kann, als sie will. Hauptsache, hey, mein, das ist platt. Und das glüfft nicht bloß jeden einen hier, nee, das ist auch so. Aber was mag man, wie Likos, platt, so hält die Orben, die alle vier Wegen auf den Donnerstag stattfindet. Kommt ihr erst mal zusammen und dann wird schnackt, was man mag, ob es gesungen wird, oder wie würde ich mir das vorstellen? Ja, so weit sind wir eigentlich noch nicht. Das ist schon nun ganz nahe noch. Die Gruppe ist ja jetzt erst richtig zusammen gekommen, aber wir haben gehört, dass wir ein Betenprogramm entwickeln wollen. Aber nun ist das erst mal so, dass die Lü kommt und dass die auch sich droht, platt zu schnacken. Und wir haben hier auch die Oblage, wenn wir hier über die Schwellen gehen, dann ist es platt. Unten ist Hochtisch und hier ist es platt. Jo, und ich mit einmal mit einem Kring. Fühlt sich an, als wenn ich schon mal hier wehen bin. Auf das, was mit der Sprache, die ich hier schnackt, was du da und hab? Der Vertrauen fehlt ihr doch. Das ist so im Leben auch, wenn du so platt schnackst, wenn du irgendwo bist, nicht? Du hast vor allem anderen Kontakte, nicht? Ja, so, das mag ich auch. Und ich mag das auch so, wenn ich jetzt, ich mag die oft so Führung hier in der Gemeinde, nicht? Ja, nicht? Und dann frag ich auch, soll ich hoch schnacken oder platt? Ja, die meisten, die sich nähen, da will ich auch platt hören. Und zu hören kriegen, hab ich hier all die Geschichten, die das Leben so schrift. Hat nun die Hündin das erste Mal läufig viel, käme doch doch bums noch was schnackt und her. Da die Liebschaft nun folgen hat, ist doch klar wie üblich. Nur zwei Monate kriegst du nur zwei letzte Runde welten, oh wie nettlich. Ein Fein-Oben, den ich so schnell sicher nicht vergeht. Ich bin hellob begeistert. Ja, und vier Wegen, ne? Denn es ist halt einfach, oder? Und dann komm ich auch einfach vorbei. Ohne Kamera, ohne Mikrofon, einfach nur mir. So sieht er gut. Tschüss, hat Spaß gemacht!